Ich heiße Fang Shijie und ich wuchs in einer Kung-Fu-Schule auf. Mein Lehrer erzählte mir, dass ich neben einem Basketball-Spielfeld gefunden wurde. Beim Geräusch von Bällen steigt mein Herzschlag. Bum bum, bum bum, und das ist kein Herzanfall. Und es liegt auch nicht daran, dass ich Sie da sitzen sehe. Na gut, vielleicht ein bisschen. Du hast den Ruf unserer Schule gefährdet. Du bist entlassen. Ich hab ne Geheimwaffe. Geheimwaffe? Was denn? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020